Wir haben den bedeutsamen Brief der Dana entlastet und den geben wir jetzt mal der guten Juliet. Ja guck mal hier was wir da haben. Soll man sagen, hat die Saber auch drogensüchtig aus oder? Ja, vor allem soll man ihren BH so sehen. Oh, die Wandangst ist wieder da. Schminke! Oder was ist das? Ja, sieht aus, ne? Ja, Make-up. Und Haarspray. Oh, Cheerleader-Outfit. I can't even imagine what life would be like being a Cheerleader. Dramatic, I guess. Go Otters! Go Otters! Go Bigfoots! Dana takes her Blackwell-Spirit seriously. Wie und die Otter werden nicht angefeuert? Finde ich aber unfair. Na sie ist für die Bigfoots. Die Otters haben bestimmt ihren eigenen Cheerleader. Posse! Posse! Laptop? Laptop! 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 Oh Gott. Wir haben heute ein bisschen einen Knall. Ja. There is that damn flash drive. Damn one! Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Gollum! Gollum! Mein Schatz! Mein Schatz! Mit dem Füß! Es verdubt! Oh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Do it. Okay. Of course a popular Cheerleader like Dana would have a million friends. So fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. 1.083 Freunde. 2.554 Subscribers. Was will man mit 1.000 Freunden? Wenn Freunde keine Freunde sind, wa? Ja! Die hat die gleiche... Ah! Ah! Look at this! Die Tasche! Das ist ja wohl mal meine Tasche! Nee! That looks like a home pregnancy test. Ja! Meine Damen und Herren! Oh mein Gott! Ist sie schwanger? Können wir ihr helfen? Oh mein Gott, ist alles in Ordnung? Mist! Können wir zurückspulen? Ja! Spür zurück! Sofort! Ich könnte es aufhören und es aufhören. Wir hängen wieder zu! Oh, 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 oh! Aber schau! 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 Ich kann nichts sehen! Schau! 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 Logan! Logan! Logan scheint sie zu lügen und ist der Meinung, er ist nicht der richtige Mann für sie. Also nicht der Mann, den sie eigentlich verdient. Vielleicht ist Logan der Vater von dieser... Ich sehe das nicht! Schau! 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 Was ist denn drauf? Na hier, join the Dinkthons Vortex Piss Club. Dana! Schau! Dana! Schau! Hey Dana! Seriously! Thanks again! I can't believe Juliet locked me in my own room! Real mature! Soll ich drücken? I heard a rumor about you? Ja, war so, so, so direkt, ich weiß nicht. Erstmal X? Okay. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club, doesn't mean they're BFFs. I'm in it and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. What do you mean? Der Flash Drive Besitzer? Hm. What do you mean? Ja, mach doch! What do you mean? Oh, nothing. When you open the Flash Drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Yeah, okay. I feel really okay. Ja, jetzt was. Uhhhhh. Nur eine Chance?! Nein. Ja. Wenn es nicht gut läuft mit dem Gespräch, können wir wieder zurückspulen, oder? Richtig. Sehr gut. Ja, ja, ja. Of course. Nein, das ist keine Frage. Ich würde erst mal sagen, ja. Oh fuck, die Arma! Ich würde ihn nachfragen, aber... Ich würde auch nachfragen. Wer dann? Sollen wir? Echt? Okay, im Notfall zurückspulen. Perfekt, Max. Okay, damit kann ich leben. Sie mag uns immer noch. Ob wir es jetzt nehmen können? Nein, nicht. Okay, okay. Wir wissen es ja. Wir wissen es ja. Ich borge mich mal kurz dahin. Lippe-dopper. Ich glaube, Warren hat die Partybuster-Folder verlassen. Ich habe nicht, dass ich es öffnen würde, egal wie komisch. Ich habe mein Selbstrespekt. Was über Max oder nicht? Weird Science. Homework. Also... Wissenschaften. Verrückte Wissenschaften. Hausaufgaben. Film, Bibliothek, großartigste TV-Shows. Ever. Muttag. Muttag. Musik. Randoms. Und Max. Was uns wohl sehr deutlich macht, dass der liebe Mann uns wirklich mag. Mann. Junge Mann. Der junge Mann. Der junge Mann. Boy. Kann man noch was erhalt? Eternity Book? Oh man. Oh Gott. Mir blutet gerade das Herz. Ob du es auch mitmachen können, ne? Echt? Achso, nur was draufsteht, oder? Achso. How to be a great baby mama by Dr. Bill. Syndicated radio host, national bestseller. Yep. Alright. Oh, wann immer du Hilfe brauchst, komm zu uns. Wir sind für dich da. Ich helfe dir. Ich ziehe auch das Bike mit dir groß. Ist kein Problem. Ist ja nicht mehr da. So, und jetzt sollen wir den Flash rein... Warte mal, was ist denn hier? Du kannst doch ja mal... Da geht doch noch was. Oh. Nur Luke. Äh, Warren. Ähm. Hallo? Tippi, tippi, tippi. Ja, ja, wir warten, bis du fertig bist. Ja, bitte. Alright. Es macht mir nichts aus, hier in alle Ewigkeit zu warten. Ich liebe diesen Parkplatz. Ich kann gar nicht die ganzen Autos zählen. Ja, je mehr ich schreiben muss, desto länger dauert es. Ich bin auf meinem Weg. Äh, ich bin auf dem Weg. Auf meinem Weg. Bye. So, also auf zu Warren. Ach, immer diese Wandangst. Was soll man nur tun? So. Und jetzt wissen wir, dass Dana um ein Haar Mutti geworden wäre. Oh Gott. Das ist so furchtbar. Es tut mir so leid. Das arme Baby. Ja, dann vorher nachdenken. Oh Gott, die Arme. I better rewind. Yes. Stell dich dahinter. Reicht ja. Reicht ja. Ja, der es aber gar nicht so richtig bemerkt hat. Max, das war großartig. Danke. Das war knapp. Ja, noch ein bisschen. Das war knapp. Juck, Arschle. Wenn ich ein Mitglied der Vortex Club wäre, würden sie nie zurückbekommen. Würdest du ein Mitglied sein? Sie sind smart. Wir sollten mehr zusammenhängen. Jetzt muss ich dieses stupide Buch beenden. Yay. Oh, hi. Noch ein Freund mehr. Lauter Freunde. Oh Gott, bin ich ein harmoniesüchtiger Mensch? Das gibt es doch gar nicht. Ja. So, wo haben die jetzt da hingeschossen? Da. Kaputt. Now that's what I call instant karma. Foto. 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 Juhu. Zoomt in. Foto. Können wir jetzt mit ihm quatschen eigentlich? Jetzt hat er seinen Ball verloren. Oh Gott, ich bin besoffen. Oh, jetzt textet er doch gerade. Hallo Zachary. Ach, das war der. Ja, warte. Ich mache keine Interviews. Ja, dann geh halt sterben. Einmal von hinten kräftig in den Brot. Achso. Achso. Warte mal. Wir hatten ja... Ne. Äh. Ne. Äh. Jetzt fehlt uns noch eine Bank im Sonnenuntergang, ein Wonnmobil und irgendein Vogel. Auf einem Grabstand oder so. Finde ich. Ich finde das sieht aus wie hier unten. Ich könnte aber auch einfach so ein Zaun... Pfahl sein. Pfahl oder... Ich habe nur sofort die Assoziation dazu. Keine Ahnung. Ich würde einschreiten. Ja. Bei dem komischen Typen. Das ist doch der, der uns auch schon da angemutzt hat. Ja, ja. B? B. Gut. Echt mal. Ich kann mich auch an dich erinnern. Boah, ist ja unsympathisch. Oh sie. Oh, das war großartig. Ich denke, du hast ihn zuerst Angst. Ich muss gehen. Aber danke. Es bedeutet sehr viel. Anytime Kate. Ah. Boah, nachher fangt die. Tja, gute Frage. Was kriegen wir raus, wenn wir nur ein Foto machen? Sollen wir es einfach mal ausprobieren? Ja. Ausprobieren kann man es ja. Da kann es sich funktionieren. Nämlich auch. Mich hat das Foto auch so saugmäßig interessiert. Wie ist mir Brighter in my hands? Tup, tup, tup. So, dann versuchen wir das nochmal. Jetzt machen wir nur ein Foto. Oh, bin ich gespannt. Schnellig. Schnellig. Foto. Oh Gott. Was ich nicht, was. Krass. Ansprechen. Ja, genau. Dadurch verlieren wir Kate, das war klar. Okay. Ich will nicht Kate verlieren. Nee, die haben uns schon so viel Mühe gegeben, um sie zu kriegen. Ich kann auch nett zu sein. So, jetzt machen wir wieder B und dabei bleiben wir. Jawoll. Kann ich das abbrechen, willst du das dann? Ja. Sehr schön. So, Kate immer noch auf unserer Seite. Sehr gut. Die Drohne fliegt immer noch und dreht ihre Runden. Die bekifften Vortex Club Mitglieder liegen da auch immer noch. Parking und Swimmingpool. Na, allerdings. Go Orders! Oh! Der Skrull! So viele Autos. Ein Hydrant. Ich will den Hydrant angucken. Ey, ohne Witz, ne? Wie oft habe ich dieses Zeichen jetzt schon gesehen in diesem Spiel? Ja. Meine Fresse, da pinst du nicht so. Die sind ja überall dran. Die sind ja überall dran. Ja, ja. Keine dran. Oh, scheiße. Wenn er gelb wäre, Banana. Sign. Oh, ja. Oh, ja. Skrull. Cars bedeuten tot. Ich bin kein Auto. Oh, ja. Oh, ja. Who toilet paper's a bike? Oh, du! Skrull! Oh, ja. Ein Klamm, die buschigere Schwänze. Aber ich mag doch den Keks. Noch ein Missing Persons Poster. Das Gefühl habe ich langsam auch. Nicht hier noch irgendwas? Und ein Karton. Du kannst irgendwie eins mitnehmen, glaube ich, oder? Was? Ging es nicht eben? Nee, nur look. Hübsch. Vor allen Dingen. Von außen. Sehr hübsch. Gut gepflegt, würde ich sagen. Liegt da ein Hund? Da liegt ein Hund. Kann ich von der Seite nochmal das Auto irgendwie? Ich dachte schon, du steuerst jetzt gnadenlos. Oh. Aber wirklich. Hund. Hund. Letzte Aktion für diese Folge, aber Hund. Doggy Dog. Oh, bist du lieb. Foto. Äh, warte mal, ist ja Wohnmobil. Wohnmobil? Aber nicht im... Achso, nee, war nur ein Wohnmobil. Window. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So gehört sich das. Was steht da jetzt? Was steht da jetzt? Foto. I'm so dirty. I'm so dirty. Foto. Oh, ja. Oh, coole Idee. Aber diese Aktion wird Konsequenzen haben. Oh Gott. Äh, wie kann ich das dann gucken? Na und, das ist doch nichts Schlimmes. Ah. So, die Folge ist jetzt vorbei. Wir haben es schon wieder geschafft. Unsere 20 Minuten sind rum. Das erinnert mich ein bisschen an Walking Dead, das Ding, ne? Mhm. Also, das kommt ja fast genau hin. Vor allem auch alle. Mhm. Mich auch. Es fehlt eigentlich, es müsste hinten noch eine Leiter dran sein. Ja, siehste? Na, das ist ja der Klassiker bei so einem Spiel. Ja, also. Ja, exaktly. Also, das ist der Hammer. Auf geht's in die Zombie-Apokalypse. Wir schwitzen, 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 schwitzen bei eben das Spiel. Da ist schon wieder ein bisschen Posters, Person, Persons, Poster. Ne, blablabla. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise hören. Und ihr seht das Spiel. Na ja. Bis dann. Bis dann.